Test. So Leute, jetzt können wir weiterspielen. 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 So weiterspielen. Hey nice hochschlüsse wir haben einen hofschluss zu bekommen und wir haben einen hofschluss mit einem hofschluss mit einem hofschluss zu bekommen und wir haben einen hofschluss mit einem hofschluss mit einem hofschluss zu bekommen gehen und wir haben einen hofschluss mit einem hofschluss mit einem hofschluss mit einem hofschluss succes Board Sorry Leute, wirklich. So, hier, genau, Hofschlüsse bekommen. So, hier, genau. So, hier, genau. Du möchtest etwas kaufen? So, hier, genau. So, hier. So, hier, genau. 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 Oh. Oh! Speisezimmer. Ah! Meine Kehle ist so trocken. Ich hab zum Glück gespeichert. Shit. Falsch! Durch die Küche muss ich... ...komm. ... 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 Das ist jetzt ein Kagnon. Das war's. Das war's. Das war's. Oh, nice. Das war's. Das war's. Das war's. Hm. Das war's. Oh. Das war's. Okay. 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 Alleluia. Also ich habe mich vorhin so erschrocken. Aber man konnte hier eine Barriere machen. Aha. Oh! Oh, aah... Oh. Is this anyone можешьere? Ja. Okay, die Bombe behalten wir bis dorthin. Ah, du scheiße. 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 Ah, du hast mich jetzt verschreckt. Ah, du scheiße. 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 Ich bin in der 100 Timmatwäste. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß, wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Zur Hölle mit der Zeremonie! Dieser Mann wird für seine Taten bezahlen! Oh, wow. Oh, Mann, ich wollte da hin. Okay. Wo bist du? Oh, shit. Da bist du. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen Sie von... Du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Töchtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestehlen? Was fällt dir ein? Ruhe dich gut aus, denn ich werde dich jagen. Und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch, du kannst mich mal. Ja, Ipen. Perfekte Einstellung. Oh. 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 Die Sendung wurde vom NDR live vom NDR live untertitelt. Oh. Scheiße! Als ob ich dich gehen ließe. Er wirst du zerfleischt! Als dass du dein Kind wieder siehst! Ich werde dir Zeiten machen halten, die Betretkos zu beleidigen. Oh, das ist so verdammt, heftig ist! Du kannst dich davonlaufen! Und jetzt? Oh! 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 Okay! Scheiße auf dieses Schloss! Oh! 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 Okay! So viel munitions habe ich nicht. Ich weiß nicht. Vielen Dank. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Keine Spur von Rose. Ich war wohl keine große Hilfe. Bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Willkommen, willkommen! Es gibt einiges Neues zu entdecken. Oh, zeig mal Duke. Du möchtest etwas kaufen? Das muss ich kaufen. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Schönen Tag! Hast du gewartet? Schönen Tag! Schönen Tag! Da, da, okay. Ich bin hier. Niiiice! Nice. Okay. Okay. Oh, der ist plötzlich vor mir, man. Oh. 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 Amen. Okay, das war einfach. Alles gut. Okay, das war einfach. 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 Aha. Aha. Haben wir die Kugel auch gefunden. Gibt es hier noch was? Oh, oh. Endlich treffen wir uns. Oh, oh. 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 Was machst du das? Du gehst mich um! Das werden! Warum? Warum tust du das? Nimm die Arme runter! Ich will nicht sterben! Du gehst mich um! Nice! Was ist alles da? Jetzt. Jetzt. Das war's. 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 Das war's für heute. Ich hab's mir schon gedacht. Den holen wir. Oh. 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 Was hat er jetzt nicht genommen? Was hat er jetzt gemacht? Das war's für heute. 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 Nice. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Please, ma'am. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Billiger plunder. Billiger plunder. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Danke für... Danke für... Danke für... Das war's für heute. 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 Nice. Aha! Ah! Vielen Dank für deinen Einkauf. Hals und Beinbruch. Na dann. Sieh dich in aller Ruhe um. Das war's für heute. Da hattest du ein Auge drauf, was? Danke für deine Treue. Danke. So Leute, wir machen hier eine Pause. Eine kleine Pause. Danke fürs Einschalten. Seid dabei das nächste Mal wieder bei... Tigersteel spielt Resi 8. Auf der Playstation 5. Abonniert mich auf Youtube und Twitch. Hoffentlich seid ihr das nächste Mal dabei. Tschau zau mal.